Freunde, ich habe ein Problem, ein Problem mit einer Person und diese Person ist der Roland Drettl. Roland, wenn du das siehst, I'm sorry, ich mag dich einfach nicht. Wir schauen heute, First Dates, warum auch immer, wie unangenehm willst du sein? Er, ja, ein Bewohner, ein Typ von First Dates oder was? Ich habe damals alle Folgen von First Dates so durchgezuchtet und ich habe mich jedes Mal über den Roland Drettl aufgeregt, weil ich ihn einfach nicht mag. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und in diesem Video würde ich sehr gerne etwas ansprechen. Auch wenn die Ausstrahlung dieser Folge ein bisschen älter ist, denke ich, dass es dennoch wichtig ist, darüber zu reden. Ihr kennt doch sicherlich alle die TV-Show First Dates. Das ist er, wenn er schon grinst, wenn er schon grinst, der Roland. Ha, ist das lustig, ich bin der Roland und ich mag nix. Ich weiß gar nicht, gerade wo das ausgestrahlt wird. Wird es auf Vox oder auf RTA Plus ausgestrahlt? Ich erinnere mich nicht mehr. Falls jemand nicht ganz genau weiß, worum es bei First Dates eigentlich geht, kann sich dort bewerben. Wenn man dann angenommen wird, das ist einfach... Was sagst du gegen Roland? Okay, das Problem mit dem Roland, ganz kurz, das Problem mit dem Roland ist, dass er alles so unangenehm macht. Free Roland, jetzt, jetzt, jetzt. Ich hoffe, wir sehen dann einen Ausschnitt, also vom Roland. Also nicht seinen Ausschnitt, ihr wisst, was ich meine. Der Roland, das Konzept ist so. Der Roland, der hat hier seinen Pult, okay? Und er steht immer da. Da ist der Pult. Und da steht der Roland. Der Teilnehmer, der Teilnehmer, der steht 15 Meter weit weg. 15 Meter weit weg ist die Tür. Und der Teilnehmer kommt rein und er steht dann so da. Hallo. Und der Roland steht irgendwo da hinten. Hallo. Und da macht er einfach gar nichts. Da macht er einfach gar nichts. Und dann, nee, irgendwie, der Roland, der hat so eine Ausstrahlung, die ist unfassbar. Ich kann es nicht ab. Ich kann ihn nicht ausstehen. Im Prinzip. Er macht alles so unangenehm. Es ist ein ganz normales Date, wo du hingehen kannst, nur begleiten dich halt Kameras. Es ist ein ganz normales Date. Am Ende bezahlst du auch ganz normal für dein Essen. Und zischt dann. Das ist ja überhaupt das Weirdeste. Das Konzept ist, zwei Leute daten sich, die machen daraus eine Fernsehsendung, aber die Leute müssen dann auch fürs Essen bezahlen. Und das ist nicht mal günstig dort. Wieder ab. Entscheidest dann am Ende, ob du den dann halt wiedersehen willst oder nicht. Sagst es halt noch vor lauflich. Ich habe genug Folgen gesehen, um zu sagen, ich mag den Roland nicht. Letztes Jahr habe ich bei First Dates auf TikTok dann eine Folge gesehen, die mich so schockiert hatte. Es geht hier speziell um zwei Kandidaten. Einmal Felicitas, so heißt sie, und Lukas. Beide haben sich gedatet. Ich meine, sie kommt gar nicht, woher sie kommt. Aus dem Harz? Aber er schaut normal aus. Und er kommt aus Hannover, 25 Jahre alt. Am liebsten würde ich alle Folgen hier einblenden, aber ich glaube nicht, dass ich das hier machen werde. Ich werde euch grob erzählen, worum es geht. Ich werde euch aber auch gleich sagen, wo ihr das in voller Länge anschauen könnt. Da gibt es nämlich einen YouTuber, der hat eine Reaction dazu gemacht, der heißt... Digga, Sedo ist so am Grind. Schaut euch das an. Passt mal auf. Passt mal auf. Sedo, der hat damals so Commentary-Videos und sowas gemacht. Der Typ, der Typ lädt First Dates-Videos hoch, als wären es Creepasta-Lunch-Eisbege. Und schaut euch das an. Vor einem Tag 100.000, 100.000, 130.000, 130.000, 114.000, 140.000, 290.000 Aufrufe auf jedes einzelne First Dates-Video. Auf jedes einzelne. Das sind immer so 20-Minuten-Reactions. Das ist nur so ein kurzer Ausschnitt. Ja, die beiden. Zack. 130.000 Aufrufe. Ein Wahnsinn. Ich gönne es ihm. Sedo, ich hoffe, sein Name ist richtig ausgesprochen, oder Sedo, ich weiß es nicht, auf YouTube. Ich habe sein Video vor einer Woche gesehen und habe gesehen, dass Felicitas höchstpersönlich unter diesem Video kommentiert hat. Ich werde natürlich auch darauf gleich eingehen, was sie kommentiert hat. Wie gesagt, das ist auch der Anlass, warum wir heute dieses Video machen. Gleich werde ich diesen Kommentar vorlesen. Ja, das mit dem Zahlen müssen sie safe, nur damit am Ende noch eine unangenehme Situation besteht, weil man sich ausmachen muss, wer zahlt. Ja, 100%. Aber das hat sich halt auch safe der Roland Drettl überlegt. Kurz vor meiner Erzählung, ich werde euch die Bilder von den jeweiligen Kandidaten dann gleich einblenden. Beide treffen sich auf ein Date. Ich finde, erstes Anzeichen ist, der Typ hampelt schon direkt am Anfang komisch rum, tanzt da rum, wird dann von der ganzen Mannschaft, die da sitzt im Restaurant, bejubelt. Sein Tanz sah einfach mega affig aus. Es ist peinlich. Keine Ahnung, wenn ich das gesehen hätte, einfach peinlich. Jedenfalls sind sie ja erst mal an der... Okay, warte, warte. Ich will das... Äh... Sedo... Unangenehster... Typ. Also das will ich sehen. Das Hampeln. W... Okay, da kommt er rein. Das ist der Roland. Das soll schon so groß werden wie eine ZAG-Arena. In Hannover. Da kommen ca. 14.000 Leute rein. Digger. Ey, für den Song wäre ich gleich gesperrt. Schau, wie er da steht. Junge. Ey, er macht es ja nicht schlecht. Er macht es ja nicht schlecht. Aber halt... Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob der... Ey, hat Montana Black auf mich reagiert? Ich glaube, ich eher weniger. Nein, auf KuchenTV. Das war eine Freche. Aber dann gehen sie später rüber an den Tisch, um eben Platz zu nehmen, um dann zu essen. Ich kann nur reden. Die haben gar nicht lange gesessen. Und schon fängt der Typ an, über... über SEX A zu reden. Was das Thema angeht, ist er sehr, sehr penetrant. Dieser Typ hat ununterbrochen davon geredet und ganz deutlich gemacht, wie wichtig ihm das ist. Das ist wirklich am ekelhaftesten gewesen. Für ihn war das so wichtig, dass er auch unbedingt diese Option offen halten wollte, dass es nach dem ersten Date eventuell noch, ne, ein bisschen was Süßes geben könnte. Felicitas war die ganze Zeit sehr gefasst in diesem ganzen Gespräch. Sie hat versucht, sich das nicht anmerken zu lassen. Sie war auf jeden Fall genervt. Man hat auch gesehen, dass sie rot angelaufen ist, dass ihr das Gespräch unangenehm war. Felicitas hat mir wirklich sehr leid getan. Und ich sage euch, ich hätte das Date an Ort und Stelle sofort abgebrochen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, aus welchem Grund diese Dame da sitzen geblieben ist. Aber andersrum denke ich mir wieder... Ja, Nettigkeit oder irgendwie ein bisschen introvertiert und so. Es ist halt einfach, was machst du dann? Weil du bist ja dann auch mit der Situation überfordert. Erstens ist es weird, sich beim Daten so filmen zu lassen. Also ich meine, es ist ja cool und es ist ja lustig und so, sondern das ist mal was anderes. Es ist ja auch ein Blind Date. Also du weißt ja auch nicht, wer da kommt, weil sie zu lieb ist. Ja, eben, einfach zu nett. So, die ist dann Ding, aufstehen und gehen ist sicher nochmal unangenehmer für einen selber. Das Ding ist halt, du denkst dir dann in dem Fall auch, du hast ja vielleicht dann auch schon Essen bestellt oder bist gerade am Essen. Und wenn du dann aufstehst und einfach gehst, dann ist halt auch wieder so, ja, okay, ist halt auch wieder orsch, weil dann muss der halt dein Essen bezahlen. Also es ist wirklich dazu verpflichtet dann theoretisch. Oder stehst du auf und sagst so, jo, hier sind 20 Euro, bitte bezahl. Für mich, tschüss und so. Das ist, du machst halt alles nur noch unangenehmer und du hoffst einfach, dass sich der Typ beruhigt und dann nichts mehr macht. Ah, no. Wieder auch, oh Gott, wenn ich mich erinnere, als ich 22 war, wie viel Scheiße ich eigentlich über mich ergehen lassen habe, in Bezug auf Männer, um das irgendwie zu überspielen, um sie dann am Ende nicht unkomfortabel zu machen, obwohl ich schon in eine sehr unangenehme Position gebracht worden bin. Am Ende saßen sie dann nebeneinander und sollten sagen, ob sie sich vorstellen könnten, sich weiter zu daten oder nicht. Wie unangenehm das schon ausschaut. Ich weiß ganz genau, wie das ganze Date abgelaufen ist, aber wie confident er auch da ist und sie ist richtig so, bro. Bro. Also der Typ meinte Lukas, ja, er würde sie gerne wiedersehen, ne? Und das fand er auch... Okay, okay, ich will ihre Reaktion sehen, warte mal ganz kurz. Äh, da, 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 da ist eine spannende Szene. Das ist, boah, das ist schon was, das muss passen. Wann war das erste Mal, als du mit dem Typen geschlafen hast? What the freaking banana, bro? Warum fragt er das? Wann war das letzte Mal, als du mit dem Typen gesch... Digga, er geht direkt in die Materie. Okay, was sagt sie? Mit 15. Echt? Ja. Direkt vom Club mit nach Hause, ne? Nee, das war schon mein Freund, ich hatte den lange. Meine erste Beziehung ging gleich drei Jahre. Mit 15? Ja, ich war damals schon sehr erwachsen, muss ich sagen. Dann bist du ja eine treue Seele. Ja, bin ich auch wirklich. Also ich würde auch niemals fremd gehen. Aber komischerweise wird mir das immer zugetraut. Bevor wir uns auf Fremdgehen konzentrieren, konzentrieren wir uns erstmal auf... Fremdgehen? Was habt ihr für Themen? Junge, was sagt er hier noch? Sex. Digga, was? Oh, was? Aha. Und das heißt, ein Jahr auch kein Sex? Digga, was ist das? Bruder, ich war ein Jahr Single. Ah, okay. Wie viele Corks hattest du in der Zwischenzeit, Bruder? Was ist das für ein weirder Typ? So am Ende. Ja, ich könnte mir ein Wiedersehen vorstellen, oder auch nicht? Ein zweites Date vorstellen, weil ich glaube, du bist eine sympathische, attraktive Frau. Ich finde das Date bis zu einem Punkt, wo du gesagt hast, hier geht es nicht weiter. Die filmen auch noch ihre Hände, damit man sieht, dass sie ankampft oder ist. Stopp, fand ich sehr interessant. Hat sie abgebrochen? Hat sie abgebrochen? Ich fand aber genau den Punkt interessant, wo du das gesagt hast, weil ich weiß, wenn dir was nicht passt, dann sagst du es auch. Also ich habe bewusst... Wow. Sie kann ihn auch nicht mal anschauen, weil der Typ so unangenehm ist. Free Felicia. Sie tut mir Real Talk einfach nur leid. Sie hat da alles komplett richtig gemacht und sie ist eine absolute G-Frau. Der Typ. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Ja, es hat mir sehr gut gefallen, als du das Date abgebrochen hast. Hat mir wirklich gut gefallen. Es hat mir auch sehr gut gefallen, als du mir ins Gesicht geschlagen hast und laut geschrien hast, bitte bring diesen Typen weg von mir. Bitte, ich habe Angst. Es hat mir auch sehr gut gefallen tatsächlich, als ich eingesperrt wurde und vier Jahre lang in deiner psychischen Anstalt... Naja, das ist mein Spaß beiseite. Interessant. Interessanter Take. Interessanter Take. Was hat sie gesagt? Ja, ich möchte dich nicht gern wiedersehen. Bewusst gepusht, um zu gucken, wann sie Stopp sagt. Das ist dann meist wieder hoch der Ding. Junge, Big Red Flag, wenn das so ist. Bewusst pushen, um zu gucken, wann jemand Stopp sagt. Willst du mich verarschen, Digga? Wo sind wir? Du bist eine unangenehme Persönlichkeit. Ja, was willst du auch noch anderes machen? Was willst du auch noch anderes machen? Digga. Ey, es hat mir gut gefallen, dass du das Date abgebrochen hast. Ich würde mir gern Zweites vorstellen. Und es würde mir natürlich auch sehr gut gefallen, wenn du das Zweite auch abbrechen würdest. Ja. Du, Matthias. Ich mag dich nicht. Wie wäre es damit? Fangen wir mal damit an. Boah. Ey. Ja. Und ich möchte dich nicht wiedersehen. Ich weiß... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sagt sie jetzt? Alter, sie ist straight up. Sie shootet... Ey, Bruder, Bruder. Wie er schaut. Er ist so richtig so... Bitch. Was? Ich dachte, wir haben noch 18 Dates gemeinsam. Hier nicht, um Sex zu suchen, sondern wirklich, um jemanden kennenzulernen. Und dann merkt man dir eindeutig, wo deine Interessen liegen. Und auf sowas habe ich gar keine Lust. Wow. Wow. Es hat mich... Ey, ey. Vernichtet. Dieser Mensch ist nicht mehr auf... Er ist nicht mehr wiederbelebbar. Dieser Mensch ist, wenn du in Warzone, Bruder... Wenn du mir 20 Samtexes in meine Kehle drückst. Ich bin nicht mehr wiederzubeleben. Alter Schwede. W verließe ich das. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Auch ganz gut, weil er hat sie gepusht bis zu einem gewissen Punkt, damit er auch ein bisschen Widerstand bekommt. So, was für eine Scheiße, erzählt man da... Unglaublich. Dann sagte Felicitas, nee, ich möchte dich nicht wiedersehen. Und du hast Eke wirklich angesehen. Sie war pisst. Weil sie das so aufgeregt hatte, hat ihren Standpunkt auf jeden Fall verteidigt und gesagt, dass er eine ganz unangenehme Persönlichkeit ist. So oft, wie er übers Pimpern redet, sie ist... Aber das musste ich auch erst mal trauen. Also ohne Spaß. Nicht fürs Pimpern da, sondern um jemanden kennenzulernen. Schaut euch bitte das Profil von dem YouTuber-Chadow an. Ich werde euch das unten verlinken in den Kommentaren. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Falls ihr euch erinnert, mich bitte mal dran. Dann verlinke ich ihr schnell nach. Sehr, sehr unangenehm. Aber da war auch mal eine Sendung, also eine Folge. Da waren zwei und die haben auch die ganze Zeit über Sex geredet. Aber halt, die wollten das beide, ne? Und das war auch so unangenehm, weil die haben die ganze Zeit solche Anspielungen gemacht. Das war so richtig schmierig. Keine Ahnung, so, sie nimmt sie mit der Gabel. Also, das hat sie nicht gemacht, aber so ungefähr habe ich das in Erinnerung. Und sie gibt sich das so in den Mund und sie so, ich habe gerne Sachen im Mund oder sowas. Und er dann so, das war auch so unfassbar unangenehm. Und dann kommt auch noch der Roland Dretel und fragt, wie es ihnen geht. Ja, SEX-Sache beim ersten Date. Ich finde, ehrlich gesagt, kleine Jungs verhalten sich nur so. Ich finde sowieso, dass SEX bei den ersten drei Dates überhaupt nichts am Tisch verloren hat. Wirklich auch gar nicht. Ja, aber das kannst du halt auch nicht so sagen. Also, es ist so dumm, wenn man, du kannst machen, was du willst. Du kannst Redalk machen, was du willst. Wenn beide einverstanden sind und wenn beide sagen so, yo, jetzt ist ein guter Moment. Ja, eben kommt drauf an. Das ist dann diese klassische Regel. Oh, warte fünf Minuten, bis du ihm zurückschreibst. Oh, warte drei Dates, bis du was mit ihm hast. Oh, warte vier Wochen, bis du ihm sagst, ey, du bist unangenehm und ich möchte dich nicht wiedersehen. Ja, das ist halt so ihr Ding, Bro. Also, ich möchte euch da nicht, ähm, lassen wir das. Sobald jemand anfängt, davon zu reden oder irgendeine Anspielung hin darauf. Ich bilde mir ein, die zwei, von denen ich vorhin erzählt habe, sind dann sogar im Badezimmer verschwunden. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir, real talk, ich bin mir echt nicht sicher. Macht, wäre dieser Mann für mich Geschichte. Nein, nein, Blödsinn, sie ist ins Badezimmer gegangen und sie hat dann ihre Freundin angerufen und hat dann gesagt, dass der so voll cool, äh, cool, dass der voll attraktiv ist und so. Äh, Mr. Casale, danke dir. Ich würde mich gar nicht mehr mit dem auseinandersetzen, für mich hätte sich das dann sofort. Nur wenn du eine ganz kleine, minimale Anspielung machst, ist es vorbei für mich. Es muss noch nicht mal persönlich sein, sondern selbst über Chatnachricht, sollte ich da irgendwas lesen, ist vorbei. Und bevor ich jetzt so viel weiter rede, möchte ich euch sehr gerne, ähm, das vorlesen von Felicitas, was mich dann sehr erschrocken hat. Wo ich denke, warum hat eigentlich niemand etwas von dieser TV-Sendung, ähm, unternommen. Anscheinend wurde das Ganze noch zu human geschnitten. Lasst uns erstmal kurz drauf eingehen. Hier nun einmal ein Kommentar von mir ganz persönlich, in Klammern Felicitas. Das Date wurde im Januar 2021 aufgenommen und ist also schon recht lange her. Tatsächlich wurde ich nach der Ausstrahlung im Mai 2021 sogar auf der Straße erkannt und darauf angesprochen. Damit hätte ich nie gerechnet. Oft wird gefragt, warum ich das Date nicht abgebrochen habe. Das frage ich mich auch. Ehrlich gesagt war... Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, ich wäre auch keine Person, die in dem Fall dann sagt, ja, okay, ich breche jetzt ab und so. So, weil ich war... Du bist einfach von der Persönlichkeit so. Ich schätze die Schrien auf jeden Fall so ein, dass sie dann einfach sagt, nein, pass auf, das geht mir zu weit und ich möchte das nicht und das ist jetzt aus. Es ist nicht jeder so. Und ich bin auch nicht so. Viele Leute denken wahrscheinlich, dass ich sehr extrovertiert bin oder sowas. Aber das bin ich überhaupt nicht. Ich fühle mich in solchen Situationen dann auch überhaupt nicht wohl. Manchmal ist mir dann auch wurscht, ne? Aber halt, wenn es mich an einem schlechten Tag erwischt, dann, ähm... Ja, dann, dann ist es so. War ich schon im ersten Moment überfordert und hatte damit nicht gerechnet. Ja, das ist interessant. Ich hatte auch eine sehr lange Anreise mit dem Zug und wollte mir einfach nicht den Arm verderben lassen. Oh, das tut mir so leid. Die nächste Frage, die oft aufkommt, ist, warum ich für ihn bezahlt habe. Oh mein Gott, sorry, ich habe vergessen, diesen Part euch zu erzählen. Oh shit. Ja, wahrscheinlich, weil sie das Date dann abgebrochen hat und dann einfach gesagt hat so, ja, komm, scheiß drauf. Das ist auch sehr unangenehm gewesen. Dieser Typ, es ging am Ende ums Bezahlen. Dieser Typ hatte noch nicht mal Geld dabei und sagt, oh nee, das ist mir jetzt unangenehm. Ich dachte, die bezahlen das hier. Also, dass die Fernsehsendung das bezahlt. Und Felicitas, äh, nee, ach Quatsch, äh, okay, ich bezahle das für dich. Hat gar kein großes Ding draus gemacht. Sie wollte es einfach bezahlen, aber ich habe es sofort gesehen. G, G, Frau, G, Frau. Ich meine, um mal ganz kurz ihn hier, ganz kurz, äh, also erstmal absolut komisch, dass der das so macht, aber halt, ähm, trotzdem, for real, warum, warum wird das Essen nicht bezahlt in der Sendung? Es ist irgendwie komisch, ähm, aber ja, gut, von mir aus, es ist halt, ja, okay, es ist die Sendung von Roland Drettl, ich weiß, äh, aber ja, Bro, hä, ich habe, hä? Bruder, du wirst ja irgendeine Sendung davor gesehen haben. Ähm, jo, du schreibst da, du schreibst da, ähm, dem Medienteam von, äh, First Dates, schreibst du hin? Jo, ich möchte mich gerne bewerben, ich habe da, ähm, äh, ich suche da auch wen und ich möchte mir das anschauen und so, das ist sicher eine coole Experience und die schreiben, ja, sehr gerne, kommen Sie gerne mal vorbei. Und dann kommst du dorthin, jo, ich habe die Sendung noch nie gesehen. Wenn, da kommt rein, der Roland Drettl will ich begrüßen, der hat keine Ahnung, wer das ist, um die klassische Frage, wer zahlt, das Essen zu klären. Tja, das ist halt das Ding, wenn es niemand bezahlen kann, was machen sie dann? Dann werden die einfach verhaftet da. Ha, wie wäre es dann damit? Ja, wir haben jetzt die Nacht im Gefängnis verbracht, war sehr schön. Wir sehen, ey, die bezahlt ist und das war's. Nächste Frage, die oft aufkommt, ist, warum ich für ihn bezahlt habe, da muss ich schon ehrlich sagen, dass es, dass er zu mir meinte, dass ich das Geld zurückbekomme und er seine Geldbörse nur hinter den Kulissen vergessen hat. Das glaube ich nicht. Wo denn? Wo denn hinter den Kulissen? Wer zur Hölle? Stimmt. Bullshit. 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 Weil. Äh, warte mal, sieht das so? Ne, hä, da verzucht das nicht. Warum fragt der das? Weil, äh, du kommst da rein. Wo ist das? Kann man das da irgendwo sehen? Ja, genau, du kommst, du kommst hier rein. Du kommst da vorne rein und dann steht da normalerweise der Roland Drettl und schaut dich komisch an. Und das, und das war's. Das ist das erste Mal, wo sich die for real sehen. Die sehen sich vorher nicht. Und da kannst du halt hier deine Jacke irgendwie hinlegen oder sowas. Du könntest ja sagen, ja, okay, ey, ey, ich hab meine Lacke, äh, meine Jacke, meine Jacke da hinten vergessen und sowas. Kannst du es kurz bezahlen und ich geh dann, oder ich geh kurz rüber zu meiner Jacke und ich hol das Geld und dann sag ich das Ding so, na, ähm, ja, Polizei rufen dann Anzeigen. Imagine, jo, ich bewerb mich da bei deiner Sendung und dann gehst du da hin und dann bist du einfach angezeigt und verurteilt und landest für vier Jahre im Gefängnis. Geht bitte ohne sein Portemonnaie im Alter von 25 Jahren raus. In deinem Portemonnaie befindet sich dein Personalausweis, den du auch immer bei dir tragen musst. Okay, ich hab zum Beispiel nie mein Personal, ich hab gar keinen Personalausweis gehabt in Deutschland, ich hatte aber meinen Reisepass dafür. Dennoch hatte ich immer mein Geld dabei, meine Bankkarte oder Kleingeld. Und ich bin mir sicher, er hat ihr das Geld nicht zurückgegeben, bevor ich jetzt weiterlese. Wartet. Natürlich hatte er aber auch dort kein Geld dabei. Ich kann als Fazit, ich bin mir sicher, sie hat jetzt nicht gesagt, ob sie das Geld jetzt am Ende zurückbekommen hat oder nicht. Ich bin mir so sicher, dass sie es nicht bekommen hat. Es ist so verdammt unangenehm, so peinlich. Ich finde, Lukas werde ich auf jeden Fall als Beispiel nehmen, wenn ich meinem Sohn aufzeigen will, wie er bitte nicht sein sollte. Ich kann als Fazit nur immer wieder betonen, dass es noch viel zu human geschnitten wurde. Er hat in unserem Gespräch auch sehr abfällige Äußerungen über bestimmte Religionen getroffen und versucht, körperliche Übergriffe auf Frauen zu rechtfertigen. Und sorry, dass ich hier zwischendurch reagieren muss, aber das bringt mich so aus der Fassung. Das ist auch eine Sache, die ich gemerkt habe bei diesen First Dates, nämlich als er immer wieder über SEX gesprochen hat. Was machst du denn in der Situation überhaupt? Du erzählst zu deiner Mom, jo, ich gehe zu First Dates. Oh, das ist voll cool. Und dann bin ich im Fernsehen und das ist eine lange Anreise. Und das erzählst du vielleicht auch deinen Arbeitskollegen oder deinen Freunden oder so und dies und das und jedes. Und dann huckst du dort und die stellen da einen Typen hin, der so ist. Du kommst gerade rein, siehst ihn da gerade den Boogie anreißen. Ah, hallo, bist du mein Date? Wie viele Jahre hast du schon kein SEX mehr? Jo, willst du mal sehen, wie ich die Rechnung nicht bezahle? By the way, ich könnte mir ein zweites Date gut vorstellen, als wenn du das erste abgebrochen hast. Junge, was machst du denn? Und du hast ihr gemerkt, das war ihr sichtlich unangenehm. Trotzdem hat er nicht aufgehört. Du hast es gemerkt. Oder als er, er hatte sie ja nach... Ja, 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 safe. Ja, nur weil die da anfangen zu filmen, heißt das nicht, dass die Personen nicht auch schon vor im Laden waren. Ich glaube tatsächlich, dass das hier echt ist. Weil ich habe wirklich, ich habe sehr, sehr viele Folgen First Dates geschaut, um auch die Verhaltensweisen von Roland Trädel natürlich zu studieren. Und ich bin mir sicher, das ist das erste Mal, wo sie sich sehen, weil das ist alles wirklich sehr natürlich und so. Nach ihrer Hand gefragt. Ich weiß es nicht. Voll weird. Einfach aus dem Nichts. Da war überhaupt keine Connection. Er fragt einfach nach seiner Hand. Nach ihrer Hand. Was willst du mit ihrer Hand machen? Als wir das Restaurant verlassen haben und kurz ohne Kameras und ohne Produktion waren, hat er mich versucht, körperlich zu belästigen. Daher sehe ich bei der Aussprache auch so rot aus, weil ich wirklich sauer war. Das habe ich gesehen. Wir mussten anschließend sogar getrennt ins Hotel gefahren werden, damit er meine Zimmernummer nicht weiß. Die Produktion hatte sich nämlich Sorgen um mich gemacht. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich stehe mittlerweile drüber und hoffe, ich konnte trotzdem ein Zeichen gegen Belästigung setzen. Junge, was? Ich meine, erst mal Props am First Dates, dass die ein Hotel bekommen. Das hätte ich tatsächlich in meiner Biasedness nicht erwartet. Aber, jo, jo. Ich wollte vorhin noch als Spaß, würde ich sagen, sie mussten zu unterschiedlichen Zeiten das Restaurant verlassen. Jo. Die haben immer einfach gesagt, du, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Max, Maximilian, Matthias, Bernold, wie auch immer, haben sie gesagt, kannst du kurz fünf Minuten warten, wir schicken, wir schicken ein anderes Taxi zu dir, aus Sicherheit. Ja, klar, natürlich, ich reise gerade beim Boogie an. Junge. Ey. Was machst du denn damit? Was machst du denn damit? Ich würde dann einfach, weißt du was, ich hätte dann, ich persönlich als, ja, hätte das, Produktion hätte das abbrechen müssen. Ich weiß halt nicht, ob die währenddessen das auch mitverfolgen, weil ich schätze mal, die werden einfach nur überall Kameras haben. Und die, weil das ist so, das Staff, also quasi die Kellner, die sind da nicht, also die können da nicht zuhören oder so, sondern die sind halt mit ihrem eigenen Ding beschäftigt und dann gehen die mal hin, Kenny, danke dir, und dann kommt der Roland mal hin und sagt irgendwas Unangenehmes und dann ist dies und das und jenes und ich glaube dann im Nachhinein wird das einfach zusammengeschnitten, weil die haben auch mehrere Dates tatsächlich gleichzeitig, also das sind gerade die Felicitas und der Lukas. Und dann ist da daneben der Martin und der Dings und bla bla bla, sind mehrere Leute gleichzeitig und ja, also wie gesagt, wenn die Produktion dann auch schon merkt, yo, das ist irgendwie weird und die haben, oder die machen sich Sorgen um die Person, dann würde ich auch einfach sagen, ey, laden wir es nicht hoch oder laden wir es nicht hoch. Ich meine, jetzt ist es eh schon zu spät, obviously. Ich dürfte mir bei der Dienstreise nicht einmal den Mietwagen mit einer Kollegin teilen, jetzt in Sicherheit, ob ich schwul bin oder nicht, war meine Ex-Firma relativ wumpe. Finde ich aber auch gut. Das ist interessant. Ich durfte mir den Mietwagen nicht mit meiner Kollegin teilen. Also erstens, Mietwagen teilen ist schon interessant bei der Dienstreise. Ja, keine Ahnung. Rainbow Cookie, danke schön. Und Brandy Candy, danke schön, danke schön. Es ist eine interessante, ich weiß nicht, was ich mit der Information machen soll. Vielleicht gab es in der Firma irgendeine Situation und dann haben sie gesagt, weißt du was, wir gehen einfach auf Nummer sicher. Aber ich hatte immer gute Kontakte zu meinen Mitarbeiterinnen oder wie auch immer. Und das war dann immer voll cool, wenn wir auf irgendwelche Messen gefahren sind oder so. Aber da gab es das nie. Also ich habe auch nie darüber nachgedacht. Jo, ich fahre jetzt in einem anderen Auto. Ich hätte gerne von ihr ein TikTok oder ein YouTube-Video gesehen, wo sie das Ganze nochmal ganz genau erläutert und auch welche Sätze von ihnen gefallen sind. Das ist sehr wichtig. Also wenn es in der Firma etwas gegeben hat, was das zufolge hat, dann kann ich das 100% verstehen. Oder wenn die Kollegin das sagen würde, so, yo, kann ich in einem eigenen Auto fahren? Dann kann ich es verstehen. Aber halt, wenn jetzt einfach random mir gesagt werden würde, yo, du kriegst ein extra Auto, quasi so unterschwellig, weil wir haben Angst, dass du dieser Frau was antust. Ich würde mich da schon irgendwie angepisst fühlen, wenn das einfach aus dem Nichts kommt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Außer, dass es irgendeine Kollegin, die du nicht kanntest, dann ist es vielleicht eh ganz chillig. Ich hätte es mir sehr, sehr gewöhnt, was ich nicht verstehe, wie die Produktion von First Dates das einfach so laufen lassen kann und es stillschweigend bewahrt wird. Felicitas hat eine mega Ausstrahlung. Ich finde, sie wirkt schon selbstbewusst und ich fand es so gut, dass sie, obwohl sie 22 ist, wirklich auch noch am Ende gesagt hat, jetzt reicht's. Ich habe mich oft in Situationen erlebt in dem Alter, ihr habt keine Vorstellung, wie oft. Ich glaube, das mit Abstand erschreckendste war für mich echt, als ich im Schlaf angetatscht worden bin und ich habe einfach so getan. Also natürlich, wenn du schläfst, merkst du, dass irgendwas, irgendwas fest dich an und aus Reflex willst du eigentlich irgendwas wegmachen. Dieser Typ hat meine Brust angefasst, davon bin ich aufgewacht und ich hatte so eine Panik, irgendwas zu sagen oder irgendwas zu machen, dass ich wirklich einfach nur erfroren bin. Ich hatte versucht, so zu tun, mich im Schlaf umzudrehen, damit das endlich aufhört. Ich hatte nicht die Courage, Stopp zu sagen oder was auch immer, weil, keine Ahnung, ob ihr das kennt, aber oft habe ich als Frau das Gefühl, dass ich eine Situation nicht überspitzen will oder provozieren will, obwohl ich in diesem Moment im Recht bin. Auch ein anderes Beispiel, wenn ich im Club bin und... Ja, da ist halt der Vorteil, dass du dann wenigstens noch Leute um dich herum hast, die dich irgendwie... Weißt du, da kann die Situation jetzt nicht so ausarten oder so, aber das macht's... Keine Ahnung. Also, wenn du als Privatperson im Fernsehen bist, auch für mich wäre das komisch, ne? Auch für mich wäre das komisch, wenn ich dann auf einmal im Fernsehen bin, dann ist das alles nochmal noch angespannter, glaube ich. Weil jetzt so im größten Notfall, wenn das Date ein voller Reinfall ist, dann, ja, okay, dann hast du halt eine cringe Experience und vielleicht denkst du dir, ja, okay, ein Gast hat das mitbekommen und das ist jetzt irgendwie komisch für mich oder so. Aber halt so, Bro, was kann sonst passieren? Und da wird das dann ausgestrahlt. Also, ich glaube wirklich, aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, dass die... Dankeschön, Elise, Pisi. Dass die Produktion währenddessen das vielleicht nicht unbedingt mitbekommen hat, weil ich glaube, die werden einfach ein paar Kameras da aufgestellt haben und dann im Nachhinein werden sie es geschnitten haben und viel mehr wird da nicht passiert sein. Aber wenn du das dann im Nachhinein halt weißt, dann kannst du dann wenigstens sagen, ja, okay, dann entweder strahlen das nicht aus oder wir machen das irgendwie anders oder so. Schatten, eine, danke dir für ein Primesub. Tja. Ein Typ mir auf dem Hintern klatscht, das wäre eigentlich eine Situation, wo ich wirklich, wo ich das Recht dazu hätte, ihm eine runterzuziehen. Aber ich mache es nicht, weil ich weiß, dass es Typen gibt, die so krank in der Birne sind, die sich so krank verletzt fühlen in ihrem Ego, dass sie sich irgendwie rächen wollen und in dem Fall rächen, dass sie sich an mir vergreifen, übergriffig werden. Ihr versteht, was ich meine. Deswegen war ich so fasziniert davon mit 22 Jahren, dass sie das so klipp und klar gesagt hat, Freunde. Vor allem das Ende. Einfach so, yo, ich finde dich sehr unangenehm. So, das ist, Bruder. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass von der Produktion da, warte, lass mich mal gucken, von wem das genau kommt. Ich sehe gar nicht, wo das hier ausgestrahlt wird. Auf welchem Kanal ist das denn? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber was ich euch sagen kann, die sollen definitiv Verantwortung übernehmen für diese Scheiße, was da gelaufen ist. Felicitas ist viel, ich glaube, für sie ist das so traumatisch gewesen, dass sie versucht, es einfach unter dem Teppich zu kehren und einfach nur nach vorne zu blicken. Das als schreckliches Date abzutun. Aber das ist die Realität für so viele Frauen. Verabschiede mich jetzt in diesem Video. Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen und eure Meinung dalassen zu dem Thema oder über eure Erfahrungen reden. Wenn euch das Video gefallen hat. Ey, vielen, vielen lieben, ey, erstmal geiles Video. Vielen, vielen lieben Dank an Kevin für den Rate. Eine Sekunde, ich komme gleich auf euch zurück. Ich hatte auch einmal ein Date, das ist richtig in die Hose gegangen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, aber da habe ich sie getroffen und sie war unfassbar schüchtern und sie hat nichts geredet. Die ganze Zeit hat sie nichts geredet. Deswegen, damit keine komische Stimmung aufkommt, habe ich halt voll viel geredet und ich habe sie Sachen gefragt und sie hat immer nur in ein, zwei Wörtern geantwortet. Und dann, was sie gemacht hat, das habe ich eh schon mal gesagt, ist, sie hat gesagt, yo, mir ist richtig kalt jetzt schon. Es ist ja auch kälter geworden. Sie wird nur kurz nach Hause gehen und wird sich eine Jacke holen. Und dann ist sie nach Hause gegangen und ich habe sie begleitet, weil, so, keine Ahnung, sie hat, ich weiß nicht, na, sie hat es jetzt sicher nicht gesagt, aber so, sie hat gesagt, yo, kann ich mir kurz zu mir nach Hause gehen? Ich hole mir kurz eine Jacke und dann können wir wieder, Ding. Und ich habe gesagt, ja, passt, kein Thema. Und dann ist sie reingegangen und während dem Reingehen hat sie schon ihr Handy rausgeholt. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, das Date, es tut mir leid, aber es hat mir nicht gut gefallen, weil du hast die ganze Zeit nur von dir geredet und bla, bla, bla. Und ich bin gar nicht zu Wort gekommen und sowas. Und ich habe gedacht, oina, ich verstehe es, ich verstehe es, es ist ein Date, aber sie hat wirklich nichts gesagt und ich habe versucht, Sachen ihr aus der Nase zu ziehen und sie hat auf nichts wirklich groß geantwortet. Und ja, dann war sie auch zu schüchtern und hat mich extra noch mit zu ihr nach Hause genommen. Also ich bin da vor dem Haus gestanden, aber dann musste ich den ganzen Weg zurück latschen, weil ich war so sauer. Ja, komisches Date, komische Sendung, First Dates und was soll ich sagen, was soll ich sagen?